Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier. Wow! Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich lachen kann. Ich freue mich auch, dass du mit dabei bist, aber ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich jetzt lachen kann. Es ist, glaube ich, echt so ein guter Trigger, könnte man sagen, dass wenn ich die Kamera einschalte, dass ich da irgendwie, wie beim Pavlovschen Hund wahrscheinlich so ein bisschen die klassische Konditionierung, dass ich da in eine Gut-Fühl-Situation komme. Denn, also herzlich willkommen zu unserem Walk & Talk am Sonntag. Und heute, ja heute ist wirklich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und zwar, irgendwie bin ich so, ja heute erlebst du mich de facto in einer depressiven Stimmung, beziehungsweise so einer Art, aber das gehört ja so zu Depressionen dazu, dass man so Panikattacken in der Art hat. Ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich würde echt so, ja Panik, Panikattacke ist eigentlich eh gut. Ich habe vorher das auch nie gewusst, wie ich so Sachen beschreiben sollte. Panikattacken, das kam mir seinerzeit so vor, als ob ich irgendwo in einem Zug sitzen würde und irgendwo auf dem Felsen drauf zufahren würde und wüsste ja, der Zug hat keine Bremsen so in der Art. Und ich glaube, das ist schon ziemlich so eine Panikattacke und so ähnlich geht es mir heute. Und da habe ich ja schon Videos gemacht, so ein bisschen, wie man aus den Depressionen herauskommt. Aber ich habe mir gedacht, das ist vielleicht trotzdem echt gut jetzt an, einmal, dass ich darüber rede, weil man echt in letzter Zeit, also herzlichen Dank überhaupt, herzlichen Dank, pass auf, herzlichen Dank persönlich an den Urs, den habe ich letzte Woche vergessen. Urs, herzlichen Dank, er wirklich kriegt ja ein Single Dankeschön einmal. Freut mich sehr, Urs. Und herzlichen Dank auch an alle Zuseher, an alle, es freut mich eigentlich wirklich, es freut mich wirklich sehr. Und ich habe in letzter Zeit relativ oder sehr, ja umfangreiche, positive Kritik zu meinen Videos bekommen, beziehungsweise auch Leute, die mir schreiben und erzählen, wie es ihnen geht. Das ist Gott sei Dank eben nicht so überwählend viel, dass ich echt wirklich sagen kann. Ich glaube, ich habe da alles gelesen. Und das Leute, und deswegen weiß ich ja, dass so einige Leute wirklich auch mit sehr, sehr ähnlichen Problemen kämpfen wie ich. Und deswegen finde ich es gut, wenn ich es jetzt einmal so wirklich beschreibe, wie es so ist. Weil es ist immer leicht zu sagen, wenn man depressiv, ja so kommt man raus und das ist super. Und ich weiß aber dann, dass wenn man in einer depressiven Stimmung ist, mit dem man mit dem nichts anfangen kann, weil alles ist so leicht, nur ich schaffe es nicht. Und das bringt einen eigentlich viel, viel in eine tiefere, ja tiefere Depression eigentlich noch. Und es gibt verschiedene Ursachen. Wie gesagt, es gibt echt Ursachen, die wirklich intern sind, die auch mit externen Ereignissen zu tun haben, also was in der Welt passiert. Aber sehr oft ist es das Interne. Und bei mir ist es halt auch so, deswegen finde ich es genau gut, wenn ich so etwas habe, dann suche ich ja sozusagen die Schuld in den externen Umständen. Und es ist keine, also letztens hat auch einer unter das Video geschrieben, wo ich das gesagt habe mit, da habe ich echt so interessante Kritiken, sehr positive, gute Kritiken zu dem Video bekommen, wo ich gesagt habe, eine Idee, die ich so von Eckart Tolle hatte, nimm den Moment so hin, als ob du ihn ausgewählt hättest, als ob du ihn gewollt hättest. Und das ist, das habe ich eh im Verlauf einer Diskussion mit der Kritik mit mir, als ob du ihn gewollt hättest, finde ich eigentlich noch viel besser. Und natürlich ist das wie im Buffet, wenn es für einen nicht passt, das ist so, wie wenn du zum Buffet gehst und dir schmeckt da was nicht, dann einfach am besten nicht nehmen. Das ist kein Muss irgendwie, das ist eine Option. Es gibt viele Möglichkeiten und nicht alles funktioniert bei jedem. Ich gucke hier gerade, bin hier noch nicht so rumgelaufen. Das erste Mal hier, hier sieht es so schön aus. Das ist auch wichtig. Also funktioniert, also wie gesagt, es funktioniert halt, oder wenn einer das Gefühl hat, es funktioniert für ihn nicht, dann ist das auch okay so und dann ist das gut so, dass man sich da nicht zwingt. Und ich sage ja nicht, dass das die einzige Lösung ist, sondern ich sage ja eh immer, es gibt sehr, sehr, oder ich sage es nicht immer, aber sehr, sehr oft, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und eines der Probleme ist ja auch, dass man eben sagt, okay, es liegt an den äußeren Umständen. So, ich weiß jetzt, dann lenke ich ab. Kann ich das, wenn ich das hier drücke, hä, kann ich das dann da oben filmen? Ach, schön, wenn man so hier in der Quale noch mitten in der Stadt, so unter den Palmen ist, finde ich irgendwie sehr schön. Und es geht tatsächlich, obwohl ich im Selfie-Modus bin. Super. Ja, und heute, wie geht es mir? Aber die äußeren Umstände, die kann man eh nicht ändern, aber es ist normal, glaube ich unter Anführungszeichen, zumindest rede ich mir das ja jetzt dann auch ein, dass ich Panik haben muss. Und zwar wirst du dann einfach so übermannt. Das sind ja so Schübe. Und das hat heute eben am Morgen angefangen und bis jetzt sich irgendwie nicht gelegt. Ich habe heute auch urschlecht geschlafen, am Abend müde gewesen, eingeschlafen, mitten in der Nacht aufgewacht, nicht mehr schlafen können und so weiter. Und eher so ein Gefühl wie Geräder dann am Morgen aufgewacht. Und es rumort in einem. Das meine ich auch. Das ist nicht so etwas, wo du dich wirklich so bewusst entscheidest, sondern du merkst das schon am Schlafen. Du bist in einem Ausnahmezustand irgendwo, in irgendeiner Art und Weise. Und das hat wahrscheinlich gestern Abend schon angefangen. Alles mit diesem, ja, eben dass man vielleicht in dem Sinn, bei mir ist es so, dass ich halt kein Vertrauen mehr habe zu all dem, was so vorgeht auf der Welt. Und das ist ja auch unter Anführungszeichen normal. Weil jeder hat ja irgendwie Stabilität, dass man irgendwie auf den anderen vertrauen kann. Und ich habe mal gestern noch gedacht, ich sollte vielleicht einmal so ein Video machen, wirklich und ablästern über die Welt, über die Geisteskrankheit in der Welt. Ich habe das Gefühl, es ist so viel Geisteskrankheit, das war in der, was in den letzten zwei Jahren an Geisteskrankheit überhaupt so, sich manifestiert hat. So viel Geisteskrankheit, glaube ich, gab es in der ganzen Geschichte der Erde noch nicht, seit dem Urknall noch nicht, so irgendwie. Und das klingt vielleicht etwas hart, aber so nehme ich das wahr. Und das meine ich auch mit dem, was einem so übermannt dann irgendwie, dass man sich überfordert fühlt mit allem Möglichen, wo ich mir dann sage, hey, das kann und darf doch gar nicht sein. Ich suche mal vielleicht, ob ich vielleicht doch irgendwo niedersitzen sollte, obwohl gehen ist eigentlich gut. Also wo ich mir so denke, das kann und darf doch eigentlich alles gar nicht sein. Das ist doch irgendwie unmöglich, was da passiert. Und ich habe mir echt gedacht, am liebsten würde man ja die Menschen alle, also auch wenn du jetzt zusiehst, ansprichst und fragst, wie viel will es euch denn noch gefallen lassen? Das ist ja ein Wahnsinn. In den letzten anderthalb Jahren alle Grundrechte weggenommen, alles und jeder. Aber das ist damit happy. Und dann ist halt die nächste Frage für mich, wo ich mir denke, ja, alle stecken da super weg. Scheinbar habe nur ich damit Probleme. Mit all dem, dem kompletten, und damit meine ich wirklich, diesen kompletten Irrsinn, in dem wir leben. Und das meine ich ist nicht mehr irgendwie, oder zumindest, das ist ja eben das, wo ich da raus muss und dann für mich eben sagen muss, den Moment habe ich gewollt. Aber das ist für mich jetzt so wie, eben deswegen sage ich es, es ist schwer, so wie heute, schwer für mich zu sagen, ja, diesen Moment habe ich gewollt. Mit diesem Moment zu leben. Da kämpfe ich dann sehr, sehr lange damit. Und das ist heute extrem lange. und daher ist es auch so, dass ich dieses Video drehe, weil es, ja, sonst ist das wahrscheinlich innerhalb von einer halben Stunde vorbei. Und heute, ja, da dauert das doch zwei, zwei oder drei Stunden wahrscheinlich. Und, äh, jetzt stelle ich da das her. Ja, das ist geil mit dem Gimbal irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Jetzt kann ich den ein bisschen hochdrehen. Ja, cool, ha. Äh, Ja, du merkst, ich bin da wirklich auch emotional so ein bisschen ausgezogen irgendwie durch diese, durch diese ganze Situation, weil mir einfach so einfällt, wo ich mich frage, ist noch irgendwas normal? Was war das Streben? Weil ich sich irgendwie, hast du so im Gefühl, vor, vor, vor 20 Jahren, die Leute haben gestrebt nach irgendeiner Stabilität, nach einer Arbeit, nach einem Einkommen, dass das irgendwie stabil ist, die Währung stabil ist, dass man weiß, okay, man kann irgendwo bis in ein Alter leben, so in der Art. Und heute habe ich so das Gefühl, es ist ja alles irgendwie, alles irgendwie weggenommen, wo ich mir denke, das gibt's gar nicht. Es kommt eine Blödheit nach der anderen irgendwie. Jetzt geht's mir eh schon nicht gut, aber dann kriegst du das, obwohl ich mich nicht für Medien, und ich sag's bewusst dazu, ja nicht interessiere, du kriegst das echt eine, eine Blödheit nach der anderen, ob das, keine Ahnung, das Gendern ist hier, BürgerInnen und so, wo ich mir einfach denke, ja wie viel wollt ihr euch denn alle noch gefallen lassen? Das ist alles natürlich gewachsen, seit, ich glaube, tausend Jahren gibt es das Neuhochdeutsche. Das ist nicht aufgrund von Antifeminismus gewachsen, so ist einfach Sprache ganz normal verwendet worden. und da dieser ganze Feminismus und all die Sachen, wo ich mir denke, wie viel wollen die Leute sich echt noch irgendwie gefallen lassen, wo vorgeschrieben wird, diktiert wird, was wie genannt wird und echt so Blödheiten wie Zigeunerschnitzel, es ist mir jetzt echt egal, wie blöd das jetzt dann klingt, aber das ist ja einfach, und das meine ich mit der Geisteskrankheit, es gibt keine Zigeuner mehr, also wenn es eh keine gibt, wenn es eh nur noch Roma und Sinti gibt, dann ist es ja auch keine Beleidigung mehr, wenn du Schnitzel Zigeuner Schnitzel nennst, also Zigeuner gibt es ja nimmer, also verstehst du, wo ich immer denke, es ist krank, es ist nicht gefühlt krank, es ist ja wirklich krank und das glaube ich, ja das ist halt das eben, wo ich mich übermannt fühle mit dem und auch mit den ganzen, wenn du halt irgendwo guckst, du siehst halt, es ist keine Stabilität mehr, das ist halt meine, wo ich mir, und wo ich frage mich, ist das meine Ausrede, wo ich sage, warum ich Schwierigkeiten habe, an die Welt zu glauben, weil halt nichts mehr irgendwie fix ist, es ist so, es, verstehst du, es ändern sich diese Grundrechte, zack, Versammlungsfreiheit, alles Mögliche, es ist alles rap, zapp, weg, und wahrscheinlich fehlt mir persönlich, das kann natürlich sein, dass mir persönlich dieses Urvertrauen fehlt, dass ich einfach selber, okay, also ich habe jetzt dann für mich einfach kein Urvertrauen und vielleicht bist du dann eher, dass du daran festhältst, dass so zumindest die Verfassung irgendwo in den zivilisierten Staaten an und für sich stabil sein sollte und dann kommst du drauf, ne die ist nicht stabil, die wird hin und her gewämpft, wie nur, wie nur irgendwas und auch all diese, ja eben, so Sachen mit, wie Geistes, und vor allem, wenn du merkst, so wie ich, diese Geisteskrankheiten, es ist alles eine Ausrede mit diesen Gendern und, und, und du denkst darüber nach und dann sage ich, ich bin jetzt eine Frau, Leute sagen, die werden nicht als geisteskrank eingestuft, Leute sagen, ich bin im falschen Körper geboren, ja klar ist das geisteskrank, also jetzt muss ich echt sagen, vielleicht sollte ich das Persiflage titulieren, da müsstest du echt wirklich sagen, du bist ja in einer Bande von Geisteskranken liebst, sondern, ich bin im falschen Körper geboren, ich bin im Körper eines Mannes geboren, aber ich bin eigentlich eine Frau, umgekehrt gibt es da viel weniger und, ich bin eigentlich eine Frau, aber Frauen haben ja weniger Rechte, es ist alles, Geistes, wenn du das irgendwie einmal echt runterbrichst, auf logische Argumente, es ist das Krankeste, wie ich dir echt sage, so der Nächste kommt daher und sagt, ich bin im falschen, und ich habe eher das Gefühl, und deswegen, ja, es ist auch Persiflage das Video, nimm es als Persiflage, nimm es nicht ernst, ich habe eher das Gefühl, die Leute sind tatsächlich im falschen Körper geboren, ich sehe echt Hunde und Schweinegehirne gefangen im menschlichen Körper, das ist so mein Gefühl, wenn ich so rum diese Sachen sehe, dann denke ich mal, ja, da sind echt Menschen im falschen Körper geboren, da ist eine Hundeideologie, eine Affenideologie, eine Affenintelligenz rennt da im menschlichen Körper irgendwo rum, nicht ein Mann oder eine Frau, das ist noch das wenigere Problem, das ist natürlich jetzt einmal so, als Comedy Persiflage gemeint, und jetzt dann kommen wir wieder ganz ernsthaft zurück zu meinem Thema, aber irgendwie tut man das gerade einmal gut, das echt so raus zu besaunen, obwohl das mir ja prinzipiell egal ist, also ich muss ja echt sagen, also das auch ohne Comedy, es ist mir ja egal, ob jemand, wie jemand denkt, oder mir prinzipiell ist mir das echt egal, aber es ist dieses Gefühl, dass ich attackiert werde und das genau so sehen muss, und das ist eben diese Sache, wo ich mir denke, diese Meinungsbildung, du musst diese Meinung haben, und das ist wahrscheinlich das, was mich so bedrückt, was mir dann ja Zukunftsängste, weil so naturgegeben ist das wahrscheinlich nicht, und dann ist es trotzdem, trotzdem diese Kurve zu kriegen, deswegen sage ich ja, es ist mit diesem, dass ich deprimiert bin, nicht einfach so, aha, ja, das ist einfach, jetzt habe ich dir erklärt, mit was ich eigentlich so kämpfe, das nehme ich ja zunächst einmal real wahr, und es geht aber eben nicht darum, zu sagen, das ist anders, sondern eben das zu akzeptieren, wie ein Regen, wie ein Hagel, wie irgendeine höhere Gewalt, weil du kannst sie ja eh nicht ändern, und dann zu sagen, es ist gut so, geil, dass es so ist, aber ich glaube, und dann bin ich halt mit mir selber im Kampf, weil ich mir denke, ja, aber alle psychologischen Forschungen sagen, Stabilität wäre wichtig, und dann bin ich echt mit mir im Kampf, wo ich mir denke, alter, bin ich echt der Einzige, der damit nicht klarkommt, mit diesen, also jetzt dann, mit all diesen Dingen, das ist doch irre, oder, ich meine, ist jetzt dann echt eine Frau wertgeschätzt, weil man BürgerInnen, und MörderInnen, und TäterInnen sagt, ist das echt so, man sagt ja eh, die Täter, wenn eine Frau ist, sagt man ja, die TäterIn, wenn man eine Mörder sagt, die Täter, ist ja eh der, der, der weibliche Artikel vorgestellt, was, und da frage ich mich, meint das echt jemand ernsthaft, dass da jetzt dann, Frauen wertgeschätzt sind, gleichgestellt sind, sind die vorher nicht gleichgestellt, ich meine, abgesehen sind Frauen per Gesetz in Europa sowieso, über, über, das Vielfache bestimmt nicht, aber weit gesetzlich, weit bessergestellt als Männer, in allen Beziehungen, in allen Beziehungen, da hat noch nie irgendein Sau darüber geredet, das meine ich so, und dann kommst du ja, was denn jetzt dann hier passiert, auf einmal ist das hier ganz weiß, alter Schwede, okay, war nur der Bildschirm jetzt dann bei mir, ich hoffe, das Video passt, es nimmt auf auf alle Fälle, die, diese, das meine ich mit diesem Irrsinn, der übermannt mich dann halt mit all dem, was eigentlich unlogisch ist, ich habe ja eh schon erzählt von der Helmpflicht, das ist ja für mich nochmal schon genug, um wahnsinnig zu werden, dass Erfolg eine Regierung wählt, die sagt, wir halten dich für zu blöd, dass du entscheidest, ob du dich angurtest oder nicht, das findet ja schon einmal den Wahnsinn, damit komme ich ja schon, ich persönlich, fast nicht klar, aber dann wählen die ja noch immer eine Regierung, Männer wählen eine Regierung und Männer haben ja das Gesetz gemacht, zum Beispiel, das gibt es glaube ich heute nicht mehr, aber früher gab es ja den Heiratsschwindler, es gab nicht die Heiratsschwindlerin, nur den Heiratsschwindler, wenn du als Mann einer Frau so tust, als ob du sie lieben würdest und Geld kriegst und sie dann nicht heiratest, bist du im Knast gegangen, ganz normal als Verbrecher abgestempelt worden, dann ist die Frau ein Opfer, der Mann ein Verbrecher, ein Drecks, Verbrecher, unglaublich, so, und das zieht sich ja bis heute noch und deswegen meine ich ja, die Frauen sind immer über uns komplett, wenn eine, verstehst du, wenn du das als Mann bei einer Frau machst, bist du ein Verbrecher, gehst du in den Knast, wenn eine Frau, einen Mann Liebe vorspielt und ihm sagt, sie will ihn heiraten und ihn nur abzieht, komplett finanziell, er ist danach ruiniert, dann ist er, ein Idiot, ein Vollidiot, ein Liebeskasper und Penis gesteuert und weiß ich was. Ja, sag das mal, wenn eine Frau, die von, da gibt es ja, ich habe irgendwann einmal vor anderthalb Jahren, glaube ich, per Zufall irgendein Aktenzeichen gesehen, ein neues und da ging es um irgendwelche Nigerianer, Dunkelfarbige, das finde ich eh, da wissen die wahrscheinlich nicht, wie umgehen, wer ist eigentlich, wen muss man jetzt besser behandeln, Frauen oder eigentlich Männer, wenn sie schwarz sind, weil Schwarze sind ja normal generell bevorzugt, aber Frauen auch, da streiten sie sich wahrscheinlich, aber egal, um was es geht ist, das sind Opfer, die werden abgezogen, die sehen die nicht, die sind echt, ich habe mir das gedacht, da wird gelacht in Thailand, die fahren doch hierher, die Leute und lernen ja Mädel kennen und haben ja zumindest irgendeinen körperlichen Kontakt zu dir, da wird da, der penisgesteuerte Vollidiot, da kannst du aber, darfst du nicht sagen, hey, die F-gesteuerten, der F-gesteuerte Volltrampel, die Treppe, die sich da von irgendeinem maximalkolorierten abziehen lässt und eigentlich, da guckst du eigentlich von 3.000 Trilliarden Kilometer hin und sagst, wer auf das reinfällt, da kannst du nur sagen, selber schuld, das machen aber, weil es Weiber sind, sind Opfer, die anderen sind Verbrecher, verstehst du, das meine ich so, dieser ganze Irrsinn, anstatt der irgendwie mal aufgearbeitet worden wäre, von früher, dass man gesagt hätte, okay, das mit Heiratsspindler, hey, was wir da eigentlich für kranke Idee hatten, das muss ja für eine Frau, wenn Gleichberechtigung ist, auch so sein, ne, das ist heute noch immer, das ist der Liebeskasper, der Idiot, wenn Mann, die aber richtig fett abgezogen werden, wenn ich das von dem nachdenke, was ich da gesehen habe, auf YY, das sind Schriftverkehr, die sehen die noch nicht einmal und die überweisen tausende Euros an ein Bild, mit denen die noch nicht einmal live telefoniert haben, da denke ich mal, da kannst du doch nicht vom Opfer reden, da musst du sagen, das ist ein Geisteskranker, passt, dass der kein Geld hat, ist eh wurscht, weil der gehört zu, eine Frau gehört, und da, wenn es ein Mann ist, in meinen Augen, also ich bin ja Unisex, so eine Person, gehört der eh entmündigt, die ist ja irre, die weiß ja nicht, was die tut, aber das war wirklich das Krasseste überhaupt, da siehst du in der Sekretärin, eine hässliche, grässliche und ein Typ schreibt, der mit einem Foto, wo du dir als Mann überlegst, sollte der doch vielleicht schwul werden, wenn der Typ sieht, so geil sieht der aus und die denkt sich ja logisch, der schreibt, ich liebe, da überweise ich dem die Kohle, ich meine, das wäre wie, wenn mir, mir, und ich bin noch ein echter geiler Typ, nicht eine Sekretärin, die in ihrem Leben, einen Lebensverlauf hat, der flacher ist als ihre Brüste noch, der wirklich was, was erlebt hat im Leben, aber wenn mir die Heidi Klum schreibt, hey super und Helmut, ah und toll, hey, ich will dich unbedingt kennenlernen, ich will dich heiraten, nur das Bild von der Heidi Klum, dann gehen davon nicht aus, dass das stimmt, dann weiß ich, das ist ein Betrug, und das weiß jeder Mensch eigentlich, und das meine ich, und das ist ja auch geisteskrank, da werden die noch als Opfer, da bringen das in Akten, früher wurden Aktenzeichen, wo Leute echt nichts dafür konnten, und überfallen, und ausgeraubt wurden, Mörder gesucht, und Kinder, die umgebracht wurden, unschuldig, Mörder, Leute Aktenzeichen, ich gucke das, ich habe sonst noch kein Aktenzeichen, es war Zufall, und das war genug, und dann habe ich mir gedacht, nie mehr wieder, sowas gucken, weil sonst drehst du noch durch, wo ich mich, und das meine ich, wenn ich irgendwo gucke, wie läuft es ab, ich frage mich, ich bin im Irrenhaus, ich bin unter einer Bande von Vollidioten, aber weltweit irgendwie, so, verstehst du, was ich meine, es geht mir nicht um, dass irgendeine Frau, die sind eh überberechtigt, die sind nicht unter, die sind weit überberechtigt, und das, mit so etwas kämpfe ich dann, weil offiziell sollte ja ich, als weißer Mann gelten, dass ich überprivilegiert bin, und das ist ja auch die große Lüge irgendwie, mit denen ja irgendwie klarkommen muss, dass du als weißer Mann ja absolut unterprivilegiert bist, du bist gesetzlich auf der kompletten Welt, mittlerweile wahrscheinlich benachteiligt, nicht auf der kompletten Welt, aber in Deutschland auf alle Fälle, weil, wenn du mit weißer Haut ein Kind vor den Zug stößt, gehst du in den Knast, ich habe erlebt, dass das einer mit dunkler Haut gemacht hat, da hat sich Politik eingeschaltet, und gesagt, wahrscheinlich war der traumatisiert, wo du dich fragst, ja, was ist da los, oder in Österreich haben es überhaupt irgendein Typ, ein Denkmal gebaut, wo du dich fragst, ja, sind die denn wahnsinnig, ein krimineller Verbrecher, aber schwarze Haut, dann ist das ein Opfer, da ist kein Verbrecher mehr, beim Österreicher, den hätten sie erschlagen können, da hätten die Zeitungen geschrieben, endlich die Drecksau, Gott sei Dank, die Polizei hätte den gleich erschlagen sollen, aber hier jemand, der ein bisschen mehr koloriert ist, mit koloriertem Hintergrund, und das meine ich, du bist so im Irrsinn, und ich bin genau das Gegenteil, ich habe noch nicht einmal eine Idee, dass es eine Rasse gibt, eigentlich, nicht einmal die Idee, also kann ich auch kein Ist sein von denen, aber du merkst einfach, dass wenn du weiße Haut hast, irgendwie stark benachteiligt bist, das wäre mal noch okay hier, das weiß man hier, man ist das hier in verschiedenen Ländern sowieso, da sagst, ja passt, die sind so, aber in Europa eigentlich, und das beschäftigt mich halt, das macht mir halt so die Panik, wahrscheinlich vor der Zukunft irgendwo, und dann mich hinzusetzen, und jetzt dann hast du echt so alles, mit was ich mich so irgendwie in meinem Kopf, irgendwie da drin rumrummord, und in all diesen Situationen, bin ich ohnmächtig, da bin ich echt ohnmächtig dem gegenüber, und krieg dann die Panikattacke, und denk mal, ja ist das Leben überhaupt noch lebenswertig, ich habe echt keinen Plan mehr, und mir dann zu sagen, das ist jetzt die Situation, genau die Situation, ich stelle mir vor, es wäre die Situation, die ich echt gewollt hätte, dann denke ich im ersten Moment natürlich, ah, nee, so eine Situation, die kann ja keiner wollen, dann müsste ich ja genauso zur Bande der Geisteskranken gehören, und dann überlege ich mir wieder, das wäre eher eine coole Sache, es ist wirklich so oft, ich denke mal, ich wäre so gerne ein Geisteskranker, ich würde so gerne, natürlich habe ich, generell ein Maskenproblem, aber dann drei, vier, fünf Masken drauf machen, mir 20 Impfungen reinjagen, und zitternd rumrennen, und sagen, hey Alter, wir sind in der gefährlichen, Alter, wir sind am Sterben, in der Pandemie, dann wäre ich auch nicht glücklich, siehst du, merke ich jetzt gerade wieder, jetzt gerade, dann wäre ich auch nicht glücklich, ach, so, jetzt habe ich eigentlich eh, was ich gesagt habe vorhin, de facto, auch abgelästert, ich habe jetzt tatsächlich, habe ich das Gefühl abgelästert, aber jetzt weißt du einmal, wie es ungefähr in mir ist, was mich so beschäftigt, jeden beschäftigen ja andere Sachen, verstehst du, es beschäftigt ja etwas anderes, so wie seinerzeit in Schiengmeida, war halt natürlich das, dass ich mich gefesselt gefühlt habe, aufgrund von Kindheitserlebnissen, die noch immer wahrscheinlich vieler nicht verarbeitet worden sind, und, und, der Unterschied war echt in Schiengmeida, dass ich mir dachte, ja, es ist eh schon passiert, es ist Teil meines Lebens, mein Schicksal annehmen, und jetzt habe ich halt eher so diese Zukunftspanik, wo ich mir denke, ich komme auch vor, wie in einer Zwangsweste gesteckt, natürlich kann ich noch rumgehen, und so weiter, und so fort, das ist es ja, aber ich bin wahrscheinlich auch irgendwie ein extremer Vorausdenker, ja, extrem Voraus, also ich gehöre echt nicht, glaube ich, zu den Leuten, die sich die Bananenschale am Boden schmeißen, und dann zum 50. Mal drauf ausrutschen, und sich wundern, warum sie auf die Fresse fallen, und ich glaube, das habe ich nie so hingekriegt, aber das ist wahrscheinlich die Masse, und ich weiß es nicht, so genau, das panikt mich irgendwie, ja, tatsächlich, echt, es bringt mir jetzt eine Art Panik, und dann, boah, deswegen, jetzt weiß ich auch, wie schwer das dann für mich ist, zu sagen, ja, das habe ich gewollt, also man merkt vielleicht so, dass ich nicht so ganz freudig bin, über die Umstände, in denen ich mich oft befinde, oder die weltweit passieren, weil ich ja kein Asien-Auswanderer war, ich war ja nicht da, ich habe ja eigentlich so, vor drei Jahren ja den Entschluss mir gedacht, weil ich will wieder zurück nach Europa, und vielleicht trifft mich auch das, dass deshalb viel, viel schwerer, während die in Europa ja, mir eh, merke ich ja in den Kommentaren, hey, super, wie lange nach Asien werden, ich sage, ja, ich plane eigentlich nach Europa zu ziehen, und habe da aber, einige Sachen zu lösen, und mir denke, boah, da wird mir jedes Mal die neue Grundlage entzogen, wie, wie ich mich da bewegen kann in Europa, sozusagen, das ist echt irgendwie, das ist echt, ich möchte jetzt nicht über mein Ding jetzt hier rumheulen, aber, das ist halt das, wo ich mich mit beschäftige, und mir dann eben schwer fällt, zu sagen, das ist die Situation, und deswegen habe ich ja letztens gesagt, das ist vielleicht nicht immer das Richtige, aber es, ja, für mich ist es halt ein starkes, eine starke, Waffe will ich nicht sagen, aber es, ja, Waffe irgendwie wäre vielleicht so ein richtiger, Terminus dazu, wo ich sage, ja, ich habe die Situation so gewollt, also, es geht mir ja jetzt, auch wo ich eingeschaltet habe, da habe ich mich echt gefreut, dass ich lachen habe können, jetzt an, wesentlich besser, obwohl jetzt an, wahrscheinlich reden wir schon eine halbe Stunde, und besser als noch vor drei Stunden, wo ich aufgewacht bin, das ist gar keine Frage, und das ist ja schon eine gute Sache, und ich bin da eben ja eh zu Hause im Zimmer gewesen, und habe mir gedacht, dass die Situation, die ich will, und dann merke, boah, es ist so schwer dann, zum Beispiel, eine Strategie von mir ist dann auch, ich weiß nicht, ob die gut ist oder schlecht, früher habe ich mal den Kommissar angeguckt, vor, keine Ahnung, einem halben Jahr jetzt, dann hatte ich echt alle angeguckt, dann gucke ich so wie jetzt an irgendeine alte Folge von der Kommissar an, schwarz-weiß, und mich gedanklich ab, und das bringt mich also runter, zumindest so, dass ich dann weiterdenken kann, es ist nicht ganz so, dass jetzt, ja doch, irgendwie ist das echt so ein, da bin ich schon sehr froh, dass es das gibt auf YouTube, da klicke ich das an, da sehe ich das, da rege ich mich nicht drüber auf, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, dass, es ist irgendwie beruhigend für mich, irgendwie so, keine Ahnung, wie ich das sagen soll, da sehe ich die alten BMWs, die gefahren sind, finde ich irgendwie so cool, keine Ahnung, irgendwas hat das so, und das ist wirklich so, dass ich echt so, abends auch oft, um mich zu beruhigen, wenn ich im Bett liege, dann schalte ich jetzt an den, habe ich schon wieder einige Folgen geguckt, jetzt in letzter Zeit, schalte ich das ein, dann läuft das, dann kann ich da hingucken, und, ich habe ein paar sogar vergessen, wieder so, wo ich mal dachte, hey, ich habe die schon gesehen, die Folge, ich weiß, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Mörder ist, bei jeder Folge weiß man da auch nicht, wer der Mörder ist, das finde ich irgendwie cool, im Vergleich zu, im Vergleich, keine Ahnung, in Matula oder so ein Scheiß, kannst du ja nicht gucken, das gucke ich mal an und denke mal, das ist auch für eine Bande von Geisteskranken geschrieben, weil den kannst du wieder nicht gucken, weil der ist wieder so, da weißt schon, eine halbe Stunde vor, der wird dann, und dann niedergeschlagen, von wem, und du weißt eigentlich, wer ist eigentlich, der Mörder oder um was es da immer geht bei denen, das ist nicht so mein Ding, das ist so, keine Ahnung, der Kommissar ist irgendwie, das ist halt so mein Favorit, aber das ist auch ein persönliches Ding, ein anderer fühlt sich vielleicht beleidigt, jetzt einmal nicht sage ich mal, ich finde, dass der gedreht ist, für eine Bande von Geisteskranken, aber so kommt es mir eigentlich halt vor, für die einer, der nicht bis zwei zählen kann, so, so, frage mich, warum guckst du, warum soll ich das gucken, da weißt du echt vorher, du weißt vorher, aha, der wird jetzt um die Ecke gehen, da wird dann niedergeschlagen, und du weißt, man weiß das einfach, immer, immer wieder, und immer kommt der raus mit einer Bestechung, gibt jemandem die Kohle, und der lügt den an, das weiß man, das weiß man einfach so, wo man sich denkt, ja, ich weiß nicht, warum, da fehlt mir der Sinn, da fehlt mir die Story irgendwie, wenn ich den so gucke, ja, das war unser sonntags Walk and Talk, bin ich hier am See ein bisschen, jetzt empfühle ich mich direkt echt, also, da sieht man mich jetzt, dann glaube ich, ja, das ist besser, oder, ja, ja, so ist es cool, jetzt fühle ich mich sogar echt besser, weil es auch gut ist, ich glaube, es ist auch gut, manchmal sich die Sache so von der Leber zu reden, das kommt ja auch irgendwo her, der Ausdruck, und jetzt wird es mir auch leichter zu sagen, ja, es ist ein Moment, es ist immer nicht, dass ich sagen würde, den ich will, aber, es ist so, wie es ist, und es ist einfach so, wie es ist, wenn es regnen wird, wird es regnen, es ist so, wie es ist, aber, du bist halt im Leben irgendwie oft so konfrontiert, wo ich mir echt denke, und ich, das ist vielleicht auch wirklich das Problem eines Hypersensiblen, dass du diese Sachen halt feststellst, die, die die anderen so nicht sehen, aber ja, ich habe echt jetzt an, es ist schwierig, es ist, authentisch ist ja das missbrauchteste Wort, was mir so vorkommt, aber es ist wirklich ein echtes Video, ich habe, so wie es mir heute echt gegangen ist, also es war nicht mehr so schlimm wie am Morgen, wie gesagt, ich habe schon, was habe ich für Folge geguckt, mit dem Schneider, Staffel 3, Folge 6 oder so, ging um irgendeinen Schneider, der ermordet wurde, und ein Methen war irgendwie cool, wenn ich das so, ich denke mal, das, was heute so in Thailand ist, die schreiben ja eigentlich so thailändische Stories von damals, ne, also jetzt, das nicht, die Sendung heute nicht, aber, aber, weil es oft geht, das war normal, da, und ich nehme an, ich weiß ja nicht, ich habe ja nicht gelebt, da war ja noch gar nicht geboren, 1970, aber da geht, ach so, der Herr Doktor, der, der, der Oberstudienrat, will die Schülerin heiraten, und die Eltern sind einverstanden, obwohl der Doktor ja 40 ist, und die Tochter erst 16, aber, weil die sagen, der Herr Doktor, der hat Bildung, der hat Kohle, und in Thailand wird das so verurteilt, aber es war eigentlich in Deutschland, oder Österreich, de facto ganz genauso, wie hier, dass die Leute in der, das war ja nicht lange nach dem Krieg, dass die viel noch wirklich auf Sicherheit ausfahren, und sich gedacht haben, hey, super, die Tochter ja logisch, was soll die mit den anderen 16-jährigen Idioten, die ihr nichts zu bieten hat, da ist doch besser der, 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 Studienrat, heute ist das ja, da würde der durch die Presse gejagt werden, als wie der Staatsfeind Nummer 1, wenn heute ein, ein, ein Oberstudienrat mit seiner 16-jährigen Schülerin was anfangen würde, und, äh, ich kann das aber eher nachvoll, also das heute kann ich emotional nicht nachvollziehen, von damals, das kann ich eher nachvollziehen, und finde es jetzt auch nicht, ich finde es jetzt auch nicht komisch, also, oder ich finde es auch nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, komisch schon, aber ich finde es jetzt nicht unbedingt am verwerflichsten, ich finde es nicht cool, ich denke mal, also, eigentlich, sagen wir mal so, ich verstehe die Eltern, ich verstehe die Tochter, und denke mal, ja, die ist mit dem mal zusammen, da lernt die ja viel, und mit 25 kann sich die entscheiden lassen, und hat eigentlich in meinen Augen alles richtig gemacht, also, da bin ich eher so auf der, auf der Frauenseite, und da hat die bestimmt bessere Erfahrungen als, oder eventuell bessere, oder zumindest nicht schlechtere, wie auch immer, sehr schön, dass du mit dabei warst, jetzt weißt du auch meine Strategie, wenn ich jetzt die Kamera ausschalte, werde ich hier sitzen, und werde darüber nachmeditieren, und versuchen zu fragen, ja, wie wäre es denn, was könnte denn sein, dass dieser Moment, dass ich diesen Moment, genauso gewollt habe, wie er jetzt passiert ist, also nicht nur der Moment, sondern ja auch, in dem Moment, den Gefühlsmoment, eigentlich von morgen, dass dieser Morgen so passiert ist, dieser Moment selber, jetzt dann vielleicht nicht so, dieser Morgen so passiert ist, okay, ein wenig gelogen, wenn die Kamera aussieht, es war schon wieder, die Batterie, im Gimbal geht es momentan ja nicht anders, also habe ich jetzt noch nicht darüber nachgedacht, werde ich jetzt machen, wenn ich sie selber ausschalte, nicht nur, wenn sie aussieht, die Kamera, ich freue mich, dass du mit dabei warst, ich hoffe, das Video hat dir einen Wert gegeben, also jetzt, die meisten leiden ja nicht so, unter den Depressionen, aber ich habe mitgekriegt, doch, würde jetzt mal sagen, weit über 10, die mich angeschrieben haben, wo ich sage, denn es übel geht, denn es auch sehr, sehr schlecht geht, und ich hoffe, dass da für den einen oder anderen, das jetzt vielleicht auch besser zu, besser erklärbar ist, was ich meine, mit dem, es ist gut, so wie ich ja gesagt habe, es ist gut, so wie es ist, beziehungsweise dann eben die Steigerung, was könnte, könnte es sein, dass ich den Moment so gewollt habe, wie er ist, was könnte der Grund dafür sein, wie könnte das zusammenhängen, mit meinem Leben, mit meiner Existenz und so weiter. Servus, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, alles Gute, Ciao.